Was geht YouTube? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Oldschool COD ist angesagt, hab ja gesagt, ich mach's jetzt öfter und jetzt sind wir hier in MB3, Modern Warfare 3, einem Spiel, in dem ich ja eigentlich immer dasselbe Video mache. Und zwar mach ich immer eine frei für alle Moab, aber heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir gucken mal, was in Herrschaftslos ist. Was ist in Herrschaftslos in MB3 in einem uralten Spiel? Findet man Lobbys, kann man sogar vielleicht ein Gameplayer spielen. Ich hab das Spiel seit Ewigkeiten nicht gespielt. Direkt erste Runde wird aufgenommen, Leute, das muss real bleiben. Oh, die Lobby? Ah, die Lobby sah ganz gut aus, aber die Map, ich glaub, ob Mission oder Outpost, ich bewege mich lautlos. Wer kennt das Lied? Okay, wer kennt's nicht, ne? Also wer's nicht kennt, Leute, ich weiß nicht, wer's los ist. Nee, aber Outpost ist echt eine scheiß Map, find ich, keine Ahnung. Aber wir haben wenigstens, glaub ich, eine Lobby, die vielleicht nicht so schlimm aussieht. Ich guck jetzt gar nicht die Lobby an, sondern ich spiel einfach. Das machen wir einfach mal so. Ich würd sagen, MP7, Leute, wenn schon, denn schon. Full Nubi. Ein Typ hat 44,3. Ob das Legend ist, das will ich sehen. Wo? Ja, okay. Eau, ja, ja. Er hat erstens gehackt und zweitens kann ich nicht mehr schießen. Ich konnte nicht mehr schießen, nachdem er auf mich geschossen hat. Was ist denn das für ein geiler Hack, Digga? Okay, Leute, it's time to meet the players. Nein, Spaß, Leute, ich bin zu hart im Darts-Film. Also, Leute, wir gehen rein, gewinnen und der Bessere wird gewinnen und der Bessere bin ich! Okay, erst für den ersten Kill abgesneakt, Leute, was ist hier los? Die Spawns sind so safe hier hinten. Mann, der Typ gibt ja alles, Foyma-Boy, Digga! Nein, nein. Oh Gott, ich hab... Ich hab ihn geklärt. Ich hab ihn, ich hab ihn. Das war ein Legendär, Leute. Kauf mal ein Merch. Oh mein Gott. Kleiner Go. Hier, hier oben. Gib mir deine ACR, die wollte ich sowieso haben. Okay, jetzt bin ich hinter einem. Ja, wow, danke. Danke für nichts. Wo kommt ihr hier? Ja, danke. Oh, ACR ist geil, Leute. Ich mach mir gleich eine ACR-Klasse. Ich weiß gar nicht, warum ich keine hab. ACR ist direkt ein anderes Lebensgefühl, irgendwie. Ja, brauchen wir nicht challengen. Ich hab eine SCR und eine ACR, Leute. Besser geht's nicht. Ich hab ihm zwei so harte Hits gegeben. Oh, Specialist-Bonus ist da. Ich hab schon den ein oder anderen lauteren Schritt gehört. Oh mein Gott, Moment. Huh! Ja, Leute. Jetzt hätte ich eine MOAB machen können, wir spielen, die gleich vorbei wäre. Absolut leckere Gegner spawnen hier gerade. Oh mein Gott, du ekliger, Digga. Oh, Leute. Es läuft gerade so gut. Mann, hätte ich mehr Zeit. Bisschen mehr Zeit, hätte ich die MOAB easy jetzt direkt geschafft, Alter. First take, one take. Ja, wo sind die denn jetzt alle? Das gibt's doch nicht, Mann. Wo seid ihr? Da hinten? Dann campt einer drin, oder was? Perfekt. Ah, Leute. Spiel ist vorbei. 19er Gunstreak. Spiel ist vorbei. Ah, ne, 15er. Okay, never mind. Okay, dann ist nicht so krass. Aber ich würde sagen, es war eigentlich eine ganz nice Runde, so mal easy x-feeds für zwischendurch, ne? Aber ich mache mir so safe eine ACR-Klasse, Leute. Übrigens, Leute, keine Empfehlung für zwischendurch. Hashtag kein Product Placement. Erst fand ich die richtig behindert, ne? Aber diese AirPods, Leute, sind so geil. Du kannst damit einfach duschen und so. Und die haben so einen überkranken Sound im Vergleich zu normalen Apple-Kopfhörern. Also diese AirPods, Leute, chock. Also das hat sich für mich wirklich gelohnt, die zu kaufen. Jetzt gehen wir rein in Terminal. Wir haben die ACR-Klasse jetzt eingepackt. Mit Soundtouren, mit allem drum und dran. Aber um in TDM ne Moab zu haben, muss man sich schon hardcore anstrengen. Aber wir gucken einfach mal, Leute. Vielleicht klappt's ja. Und wenn's nicht klappt, ist es auch egal. Dann tryhard ich ein bisschen um meine Mutters Ehre, wie Massi sagen würde. Und wir gehen jetzt rein. Gewinn und der Bessere wird gewinnen. Yallah, Habibi, let's go. Okay. So, was wir machen, ist dieser Move hier. Der klappt aber nicht immer. Da muss man echt schnell sein. Sam takes hier. Und jetzt ganz schnell hier das Tragbare hin. Da hab ich nämlich schon einen gescannt, der hier direkt über uns stand. Also, du bist weak. Links, rechts, rechts. Rechts, dann sag ich. Und du esst links. Keine Ahnung, ich bin einfach dumm. What the fuck? What the fuck? Ich wusste nicht, dass das der Typ ist. Ich hab ihn nicht gesehen. Ohne Meisterschutz ist das Leben echt anstrengend. So, hier kommt jetzt hier runter. Ja, moin. Danke dafür. Okay, der Typ ist immer noch da, Leute. Wir müssen hier irgendwie anders hoch. Das gibt's nicht. Das kann so nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Haha. Okay. So, Leute, let's go. Da. Easy Trade für Marcel. Da ist einer drin noch. Okay, wir müssen erstmal außen rum. Jetzt so ein Chill. Ui. Nein! Nein, nicht da. Überall. Aber nicht mit Stalker Pro bei Burger King sitzen, Digga. Das gibt's nicht, Mann. Er hat Stalker Pro. Er könnte sich bewegen wie ein junger Gott. Aber er macht's nicht. Und ich choke wie ein Huren. Der Typ, hier tryhardt um seine Mutters Ehre, ist der Jani. Ja, Jani, das kann ich aber auch, was du machst, mein Freund. Der Typ, der Jani, der gibt's so 100%. Steht 9-1 und schwitzt so hart rum, Digga. Ja, da hab ich ihn. Ein bisschen Pre-Fire ist alles möglich. Ei, 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 Digga. Ich glaub's nicht, Mann. Der wird so tryharden, bis er mich tausendmal getötet hat. Da hinten ist er schon wieder. Ei, 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 kann man hier durch? Ja, okay. Da hinten ist er schon wieder, Leute. Ich seh's einfach an seinen Bewegungen, Leute. Ich bin so ein gestörter Typ, ne? So. Erst links. So, Jani, mir reicht's. Mir ist egal, wenn ich jetzt 10x Jani töte am Stück, ist das perfekt für mich. Er kommt jetzt eh hier. Jani, 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 Alter. Einer sitzt da unten in der Ecke, Leute. Mein Gott. Nade, ich bin weak. Hab Specialist, Leute. Okay, Leute, wenn ich ihm den Moor abdrücke, dann will ich auf das Video keine Ahnung, wie viele Likes haben. Okay, dann muss ich mich jetzt aber beeilen. Okay, Jani. Lächerlich. Wow, war das eben lächerlich, Leute. Ja, das ist Jani, das seh ich doch. Mein Gott, das war ein Double Kill, wie geht das? Oh, Jani. Oh, Jani, Digga. Oh, Jani. Okay, Leute, es ist gerade ziemlich anstrengend, hier zu spielen. Vor allem, wenn jemand hinter dem Typen hier rumläuft. Nein. Oh mein Gott, Leute. Nein, das ist er. Oh Gott. Ich muss, ich muss kriechen. Ich muss so kriechen und der Teammate muss mich beschützen. Teammate, bleib hier. Bleib hier, bitte. Gib mir diese Last Chance. Oh, ob ich muss... Okay, okay, okay. Ich will aufstehen, lass mich aufstehen, bitte. Der kommt gleich. Oh mein Gott. Oh, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt, Leute. Ich bin kurz vor. Ich bin wirklich kurz vor Moab. Oh, Leute, ich bin kurz vor Moab. Ich will nicht choken, bitte. Bitte, lass mich nicht choken. Oh Gott, verbesserte Drohne, besser geht's nicht. Oh Gott, ich bin kurz vor. Ich bin so kurz vor, Leute, bitte. Ich bin jetzt wirklich eins vor oder so, ne? Ich mein's ernst. Die ist übrigens die ganze Zeit ein selbe Typ, Digga. Ich bin jetzt so kurz vor, Leute. Hab sie, hab sie. Let's go, Janni. Janni, 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 Janni. Er hat alles gegeben, Leute. Hahaha, let's go. Boom. Ja. Hm. Na, lauf los, dann kann ich dich auch noch holen. Dann ist wenigstens vorbei, komm. Jetzt hat er mich noch einmal geholt. Guck, er hat so alles gegeben. Ah, ich hab hier irgendwo abgedrückt. Ja, Digga. Nein, Schluss. Ja, ich würd sagen 34,4. Dann müssen wir das Video jetzt auch nicht länger machen, als es so war, weil ich denke mal, das war ziemlich perfekt. Lasst gerne ein Like dafür, da würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall meine letzten Videos gerne ab. Ich bin raus für heute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.